Die Sendung wurde live untertitelt. 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 Ich habe keine Angst. Die Sendung wurde live untertitelt. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Und viel wichtiger, dir intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und... Na ja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Batman, ich bin hier drüben. Batman, ich bin hier drüben. Ich habe gesehen, wie du das Zimmer geräumt hast. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, habe die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Es tut mir leid. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor zwei Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht gesp- Schönen Gruß, Gotham! Zweig! Was? Joker ist wieder frei. Nicht mehr lange. Jeder Verbrecher! Mörder oder Kindergarten-Erzieher, der nicht gerade Partybefehler ausführt, sollte dahin gehen und an... Gott sei Dank, du bist's. Hast du Joker schon gefasst? Nein, aber ich werde ihn aufspüren. Ich möchte, dass sie hierbleiben und jeden versuchen, die Villa zu kommen, unterbinden. Wie du meinst, Batman. Jedenfalls kommt keiner an mir vorbei. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmen-System außer Kraft. Ich hab den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay. Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich hab dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos hab ich markiert. Danke, Oracle. Ich bin außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham. Ich kann nicht glauben, dass sie Jackson getötet haben. Bleiben Sie bei Ihrem Kollegen. Ich mach dem ein Ende. Jetzt.